Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser heutigen Online-Konferenz zu einer etwas ungewohnten Uhrzeit. Aber da wir uns ja alle im Homeoffice befinden, dachten wir, das ist mit Sicherheit eine ganz gute Uhrzeit. Da hat man dann schon mal das Mittagessen hinter sich und hat auch mal ein bisschen Pause verdient. Und wir wollten eben an dieser Stelle die Möglichkeit nutzen, Sie im Rahmen einiger Online-Konferenzen, die wir geplant haben, zu unterschiedlichsten Themenbereichen zu informieren, Ihnen regelmäßig die Möglichkeit geben, sich Informationen zu holen, sofern Sie diese möchten. Und heute starten wir eben mit einem ganz allgemeinen Überblick zum Thema Corona-Hilfspakete und Helikoptergeld. Wo genau trifft die Krise Sparer, Versicherte und Anleger? Ich habe den Titel ganz bewusst so gewählt. Warum? Warum? Weil nun ja, viele von uns haben alle drei dieser Rollen in sich. Das heißt, sie sind sowohl Sparer als auch Versicherte als auch Anleger. Es gibt ja aber vielleicht durchaus auch den einen, die andere von uns, die sich aktuell noch nicht mit allen drei Rollen identifizieren können. Und deswegen heute das Ziel, dieser Online-Konferenz mal einen groben Überblick zu geben, das Ganze strukturiert zu machen, sodass Sie am Ende dieser Online-Konferenz einen ganz guten Überblick haben. Und für Ihre jeweiligen Rollen das Wichtigste mitnehmen können. Wir werden heute eine kleine Neuerung haben. Zum einen sehen Sie mich, hoffentlich jedenfalls, weil wir dachten, naja, wir haben uns ja jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Da kann man ruhig auch mal ein kleines Bild einblenden. Und zum anderen werden der Herr Leichtweis und ich das heute mal im Tandem versuchen. Da haben wir gerade schon ein bisschen Tücken der Technik gehabt, aber ich hoffe, es funktioniert. Dementsprechend würde ich jetzt auch an den Christoph Leichtweis übergeben und ihn bitten, uns zum Start einfach mal einen ganz kurzen Überblick zu geben zu den Marktentwicklungen, aber vor allem auch einen Ausblick zu geben, was genau bedeutet das eigentlich und welche Implikationen so ganz generell von der Marktseite kann man mitnehmen auf Basis der Entwicklung der letzten Wochen. Ja, Lisa, vielen Dank. Ich würde da noch direkt einsteigen mit dem großen Bild, The Big Picture, wie es ja so schön heißt. Hier geht es vor allem darum, Ihnen einen Eindruck darüber zu vermitteln, wo wir aktuell stehen, respektive natürlich auch, wie verschiedene Meinungen und Schlagzeilen einzuordnen sind. Sie werden ja momentan täglich erschlagen mit Interpretationen zwischen das globale Wirtschaftswachstum sinkt um 30 Prozent. Es gibt Szenarien des IFO-Instituts, die sehr dramatisch klingen. Der Präsident einer lokalen Notenbank in den USA hat sich geäußert und sieht eine zweistellige Millionenanzahl von neuen Arbeitslosen. Also sprich, man versucht sich momentan in verschiedenen Szenarien, die Lage ist schwer abzugreifen und ich möchte an der Stelle versuchen, das vielleicht ein bisschen einzudampfen auf die wesentlichen Themen, auf die man sich vielleicht aktuell konzentrieren sollte. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die jüngste Situation dazu geführt hat, dass wir einen Anstieg der Unsicherheit im Finanzsystem gesehen haben. Das keine Meinung, die ich jetzt persönlich vertrete, sondern es gibt einen Indikator der Europäischen Zentralbank, der den systemischen Stress im Finanzsystem misst. Das heißt, hier gehen marktbasierte Daten mit ein, wie beispielsweise Kreditrisikoprämien, Volatilitäten und ähnliches. Dieser Indikator wird bereits seit Ende der 90er Jahre berechnet und ich habe es Ihnen hier mal mitgebracht. Und was Sie sehr gut nachvollziehen können, dass wir hier einen massiven Anstieg hatten im Rahmen der Hypotheken- und Finanzkrise. Das ist ja nun doch einige Jahre her. Wir sehen dann einen schönen Abfall. Das Ganze dann in Europa wieder massiv nach oben gegangen. Sie erinnern sich vielleicht an das Thema Griechenland-Krise, Euro-Krise. Damals ja auch die Erwartung, dass die Eurozone in ihrer Zusammensetzung die nächsten Quartale nicht erleben wird. Dann kam Mario Draghi, damals mit, der im Spektakul eine Aussage, whatever it takes, wir werden die Eurozone um jeden Preis erhalten. Und das macht keinen Sinn, auf den Zerfall zu spekulieren. Und man hat damals alle Probleme letztendlich in Liquidität ersoffen und am Ende des Tages auch einen brutalen Anlagenotstand produziert, der sich natürlich zum einen in niedrigen Zinsen, aber natürlich auch in gefallenen Kapitalmarktrenditen widerspiegelt, was beispielsweise auch die Refinanzierungskosten für Immobilienkredite und Ähnliches auf unvorstellbare niedrige Level nach unten katapultiert hat. Jetzt sehen Sie schon, hier in der jüngsten Zeit diese Risikoparameter massiv nach oben gegangen, der systemische Stress im System steigt und dementsprechend die Interventionen der Notenbanken sind auch so zu verstehen, dass die Notenbanken nicht in erster Linie im Sinn hat, das Geld der Spekulanten am Kapitalmarkt zu retten, die vielleicht zu niedrigen Renditen sich aktuell ungünstig positioniert haben im angemeinen Anlagenotstand Ende Februar, sondern es geht vor allem darum, in diesem künstlichen Schockzustand, in dem wir die Wirtschaft ganz bewusst hineinversetzt haben, wo sie eine logische Kette haben von einem Stillstand der Wirtschaft, Problemen bei der Kreditfilgung und der Bedienung von Kreditraten von Wirtschaftssubjekten seines Arbeitnehmer, seines Unternehmens, natürlich mit Auswirkungen auf die Banken, dass man hier letztendlich dafür sorgt, dass gar keine Krise im Bankensystem entsteht, dass wir ein Event wie damals mit Lehman Brothers, was ja ein systemischer Schock für das Finanzsystem war, von vornherein begegnet und deswegen viele dieser Notenbankmaßnahmen, die wirken natürlich sehr direkt auch auf das Bankensystem, die sollen die Unsicherheit gar nicht erst entstehen lassen und dementsprechend auch dafür sorgen, dass die Banken ihre volkswirtschaftliche Aufgabe erfüllen können, also hier entsprechend auch Kredite an die Wirtschaften zu vergeben und hier ihre Funktion auch als Dienstleister für die Realwirtschaft natürlich zu erfüllen und dementsprechend, wenn Sie die Summen sehen, die die Notenbanken bewegen, dann sind die natürlich deswegen so hoch, weil auch dieser Stillstand der Wirtschaft natürlich ein Phänomen ist, was nicht nur einzelne Segmente trifft, sondern die Wirtschaft insgesamt natürlich hier stark belastet. Grundsätzlich, wir kennen das schon, die Zentralbanken als Geldgeber der letzten Instanz, das haben wir im Rahmen der Euro- und Staatsschuldenkrise schon mehrfach natürlich auch gesehen, aber ich glaube, was jetzt heute viel wichtiger ist, ist der Sachverhalt, dass wir nicht nur diesen Länder-of-Last-Resort haben, also diesen ultimativen Kreditgeber, der die Notenbank letztendlich hier symbolisiert, sondern natürlich auch ganz klar in dieser gewollten, in dieser gezielten Rezession, die wir momentan sehen, hier den Staat als Arbeitgeber der letzten Instanz, der letztendlich hier die Arbeitgeberfunktion erfüllt, natürlich nur in monetärer Hinsicht, vielleicht sogar auch in faktischer Hinsicht, da sind wir beim Thema Verstaatlichung oder Teilverstaatlichung und dementsprechend in der aktuellen Situation haben Sie ein Hand in Hand von fiskalpolitischen Maßnahmen plus Notenbankinterventionen, um, wie gesagt, diese jetzige Situation zu überbrücken, weil das muss auch klar sein, Sie werden in den nächsten Wochen nur sehr bescheidene Wirtschaftsdaten sehen. Es muss klar sein, wenn Sie sich die Analogie eines Autos vorstellen und wir lassen das Benzin aus Ihrem Tank ab, dann werden Sie mit dem Auto nicht mehr weit fahren können. Dazu brauchen Sie kein Volkswirt sein und genau das sehen wir nämlich aktuell eben auch an den Konjunkturdaten, ob das die Einkaufsmanagerindizes sind, ob das Umfragen des IFO-Institutes sind, ob es ZEW-Umfragen sind, egal ob Sie das in Deutschland tun oder in anderen Ländern der Welt, überall führt natürlich dieser gewünschte Lockdown, diese Reduktion der Ansteckungsrisiken, die man hier vornimmt unter dem Stichwort Flatten the Curve dazu, dass wir extrem schlechte wirtschaftliche Aussichten haben. Das nicht überraschen, sondern als bewusste In-Kauf-Nahmen, um hier eine Überstressung des Gesundheitssystems zu verhindern. Ich glaube, wir werden relativ zeitnah eine Anpassung dieser Maßnahmen sehen, weil ich glaube, es ist auch offensichtlich, wenn der Staat die Wirtschaft in eine Quarantäne zwingt, dann muss derjenige, der im Endeffekt hier die Musik bestellt hat, der muss sie auch bezahlen und die Staaten können sich das natürlich zu einem gewissen Maß leisten. Wir sehen die Unterstützungsmaßnahmen durch die Notenbank, aber tendenziell ist uns jedem auch klar, jeder Monat, in der die Wirtschaft in dieser künstlichen Schockstarre respektive dieser stabilen Seitenlage verharrt, der kostet natürlich unheimlich viel Geld. Deutschland kann das gut stemmen. Wir sind ein super Schuldner. Die Staatsverschuldung liegt bei unter 60 Prozent der Wirtschaftsleistungen. Wir bekommen Geld am Kapitalmarkt über 30 Jahre zu 1 Prozent. Kein Problem. Aber denken Sie an Länder wie Italien. Man ist dort seit 20 Jahren in einem Schrumpfungsprozess. Sie haben eine überalterte Gesellschaft. Sie haben populistische Strömungen. Sie haben extreme Divergenzen zwischen dem gesunden Norden und dem wirtschaftlich schwachen Süden. Also sprich, diese Themen muss man im Blick haben. Von daher, meine persönliche Meinung ist, wir werden nach den Osterferien bereits die ersten Lockerungsmaßnahmen sehen. Wahrscheinlich die USA werden die ersten sein, wo man unter dem Motto, wir sind God's own country, die Jungen müssen eben arbeiten können. Deswegen werden wir die Schwächeren isolieren. Jeder wird seinen Teil dazu beitragen. Und auch die Argumentationskette und auch die Worte, die auch in Europa verwendet werden, wir befinden uns im Krieg gegen den Virus, dieser gemeinsame Feind, das alles zeigt ja schon sehr stark, in welche Richtung wir hier gehen. Also wirklich, momentan eine besondere Situation. Zentralbanken als Geldgeber der letzten Instanz, die sorgen dafür, dass das Finanzsystem stabil bleibt, Staaten als Arbeitgeber der letzten Instanz, die versuchen, die gesellschaftlichen Auswirkungen zu kletten. Aber auch hier machen wir uns nichts vor. Sie können natürlich die negativen Aspekte mildern, aber wir werden natürlich massive wirtschaftliche Verwerfungen haben. Kernfrage ist nur, wie lang die dauern und inwieweit die verschiedenen Marktteilnehmer hier wirklich auch Unterstützung bekommen, inwieweit hier Geld ankommt. Also das momentan nicht wirklich absehbar. Und dementsprechend auch die Bewegungen an den Aktienmärkten sind, auch so einzuordnen, dass an der Börse ja dieser Preisfindungsprozess stattfindet. Es gibt hier keine übergeordnete Instanz, die festlegt, welche Aktie wann fair gepreist ist, sondern das natürlich dieser Mechanismus und auch hier nochmal vielleicht diese Preisfindungsthematik, wenn Sie eine Anleihe haben von einem Unternehmen, die eine Milliarde Euro Volumen aufweist und jetzt werden 50 Millionen davon gehandelt, also 5%, dann bestimmen diese 5% des Marktvolumens natürlich auch den Preis. Und das ist ein Aspekt, den wir jetzt sehr stark gesehen haben, dass verschiedene Marktteilnehmer gezwungen waren, Positionen abzubauen, die dann natürlich auch hier die Renditen steigen lassen, also respektive fallende Kurse bei Anleihen heißt steigende Renditen. Diesmal ist alles anders. Ich glaube, auch das ist klar. Der Vergleich mit 2008 drängt sich nur sehr bedingt auf, vielleicht was wirtschaftliche Auswirkungen betrifft, weil wir natürlich auch hier einen Schaden hatten, aber heute ist natürlich alles anders, weil es ist ja eine bewusste Herunterfahren der wirtschaftlichen Aktivität. Und keine Überraschung, wir haben keine überraschende Bankenpleite, wir werden meines Erachtens auch keine überraschende Bankenpleite von systemrelevanten Banken sehen, weil A ist die Notenbank mit Liquidität da und auf der anderen Seite können die Staaten entsprechend hier über Teilverstaatlichung das Ganze stützen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, die Situation ist eben so, es gibt diesmal nicht die Banker der Sündenbock, die viele Fehler gemacht haben, sondern wir haben jetzt eben dieses Virus und auch dieses Framing, was die Politik auch nutzt. Donald Trump ja auch sehr stark mit diesem Begriff immer, the China-Virus in Europa, mit diesem im Krieg gegen den Virus, wie es Emmanuel Macron getan hat, das zeigt schon sehr stark, wo man hier ist. Also, wir haben eine Pandemie, ein globales Problem. Es gibt keinen Schuldigen. Das ist natürlich das Thema. Wir können alle Maßnahmen, die wir jetzt sehen, die werden politisch, gesellschaftlich und auch moralisch legitimiert. Die Maßnahmen werden jetzt zukünftig stärker hinterfragt werden. Deswegen, ich glaube nicht, dass die Wirtschaft jetzt wie in den düsteren Szenarien drei Monate im Shutdown sein wird, sondern wir werden sehen, es gibt einen gewissen Shutdown. Achten Sie immer drauf, nicht auf die absolute Höhe der infizierten Personen, sondern auf die Wachstumsrate der Neuinfizierten, insbesondere Italien, insbesondere die USA, weil am Kapitalmarkt wird man tendenziell sehr stark auf diese beiden Werte schauen. Und sobald hier eine Besserung zur Erkenntnis und sobald zur Erkenntnis, dass in den USA eben die Arbeitnehmer zurück zur Arbeit gehen, quasi als patriotische Verpflichtung und die Älteren und Risikopersonen in den USA als Teil der patriotischen Verpflichtung in eine Art Selbstquarantäne gehen, um die Jungen nicht in die Arbeitslosigkeit zu schicken, dann wird natürlich die Wirtschaft sich ja auch normalisieren. Das wird ein paar Monate dauern, aber so zumindest das, was man momentan hier auch entsprechend sehen kann. Das heißt, Ausgangslage, und das ist wirklich der ganz wichtige Punkt, wenn wir Ihnen alle Rettungs- und Interventionsmaßnahmen der Staaten und Notenbanken hier aufführen wollten, dann würde allein das Vorlesen wahrscheinlich eine Stunde dauern. Also wirklich, wir sehen ganz exorbitante Maßnahmen, wir sehen teilweise historische einmalige Maßnahmen, wir sehen, dass die Notenbanken an den Hausbanken vorbei direkt sich am Kapitalmarkt engagieren. Wir haben diese gesellschaftliche Akzeptanz. Wir wissen heute sicher, dass die Staatsverschuldung der wichtigsten Volkswirtschaften wird nach oben gehen. Das wird ein großes Thema werden, wenn die Krise abgehakt ist, weil man wird hinterfragen, wie werden denn die ohnehin hohen Staatsschulden denn wirklich bezahlt? Und wer bezahlt die? Die zukünftigen Generationen wahrscheinlich. Also auch dieses Thema Generationenkonflikte und Diskussionen wird wieder zu diskutieren sein. In der Konsequenz, die Zinsen bleiben niedrig. Typischerweise würde man erwarten, dass steigende Schulden zu steigenden Zinsen führen. Wir glauben, das war jetzt alles eher markttechnikbedingt, weil die Marktteilnehmer Geld benötigt haben, haben also auch sichere Bundes- und Staatsanleihen verkauft, um liquide zu sein. Aber on the long run, wir sind im Umfeld der finanziellen Repressionen, die etablierten Volkswirtschaften im Westen und natürlich auch Japan. Wir haben eine Demografie, die eher für niedrige Zinsen spricht. Wir haben auch immer noch das Thema Globalisierung. Wir haben das Thema Digitalisierung, was alles tendenziell eher für niedrige Zinsen und niedrige Inflationsraten spricht. Und von daher die finanzielle Repression, die ist zwar raus aus den Schlagteilen, aber sie ist natürlich umso präsenter. Das heißt, auch nach dieser akuten Situation rund um das Coronavirus werden sich Anleger damit beschäftigen müssen, dass ihre Renditen in sicheren Geldanlagen nicht dazu geeignet sind, die normale Inflationsrate zu schlagen. Noch dazu jetzt natürlich, Frau Hassenthal wird das noch mal ein bisschen weiter dann kurz erläutern. Insgesamt steigt natürlich auch das Risiko einer steigenden Inflation, sofern eine steigende Nachfrage nach der Krise auf ein geringeres Angebot von Gütern und Dienstleistungen trifft. Einfach aufgrund des Sachverhaltes, dass die Produktionsketten hier natürlich mit einem Nachlauf erst wieder auf volle Aktivität zurück sind. Insbesondere in Deutschland stellt man sich hier immer die Frage, wer zahlt denn die Schulden wann zurück und wie soll das gehen? Also im Gegensatz zu Ihnen, die Ihren Kredit für Ihre Firma wirklich auch zurückbezahlen müssen oder wenn Sie Ihren Immobilienkredit zurückführen müssen, im Staatenbank-Notenbanksystem wird das anders laufen. Wir sehen das ja bereits seit der Finanzkrise. Die Unternehmen, sorry, die Staaten, begeben Staatsanleihen, also nehmen Geld am Kapitalmarkt auf, Notenbanken kaufen diese auf, parken die bei sich mit frisch produziertem Geld. Denken Sie dran, wir sind in einem Kreditgeldsystem, das nicht mal in den Goldpreis oder in Gold entsprechend gekoppelt ist. Die Zinsen, die der Staat dann an die Notenbank zahlt, schüttet die Notenbank wieder an den nationalen Haushalt aus. Und so haben Sie einfach diesen Kreislauf. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir in einigen Jahren darüber diskutieren, dass wir Teile der Staatsverschuldung, die in Form von Anleihen bei der Notenbank geparkt werden, die wird man einfach erlassen. Das heißt, damit die Staatsverschuldungen nach unten gehen, ob das Ganze dann das Vertrauen in das Geldsystem untergräbt, ob man das Ganze so gestaltet, dass es die breite Bevölkerung ohnehin nicht berührt, weil sie auch die Zusammenhänge vielleicht nicht an jeder Stelle hinterfragt, das mal komplett außen vor. Aber ich glaube, wir können uns sehr einig sein, dass die Schulden, die wir momentan hier sehen, die neu dazukommen, plus die Schulden, die hier entsprechend schon bestehen, die werden nicht zurückgezahlt. An der Stelle sei auch erwähnt, Deutschland hat ja auch in dem Boom seit der Finanzkrise auch nicht wirklich Schulden zurückgeführt. Wir haben riesen Zinsersparnisse gehabt und wir haben natürlich ein bisschen was an Neuverschuldungen reduziert oder wir haben die schwarze Null. Aber schauen Sie sich mal zum Teil die Schattenhaushalte an, schauen Sie sich mal die Rettungsprogramme an, schauen Sie sich Garantien für supranationale Organisationen an. Also selbst Deutschland hat es ja nicht im Boom geschafft, die Schulden zurückzuführen und wie man das dann wirklich haben möchte, von einem höheren Niveau plus einer älteren Gesellschaft, das ist wirklich sehr theoretisch. Deswegen gehen Sie davon aus, irgendwann wird man einfach Schulden streichen und das werden tendenziell wahrscheinlich Schulden in Form dessen sein, die in Form von Staatsanleihen bei der jeweiligen Notenbank geparkt werden. Das wird ein global konzertiertes Thema sein, das wird letztendlich hier natürlich auch ein einheitlicher Prozess sein und dann ist es am Ende des Tages, wie so häufig Sie einigen sich halt darauf, einen Schuldenschnitt zu haben. Der trifft aber nicht den Markt, weil er trifft nur die Anleihen, die bei der Notenbank liegen und damit die Auswirkungen für die reale Wirtschaft wahrscheinlich irrelevant, respektive sehr klein. Frage ist nur, wird an das Vertrauen in das Geldsystem für die Zukunft unterwandert? Kommen wir kurz zu Marktbewegungen und Perspektiven. Auch hier nochmal ganz klar, was Sie hier sehen, das sind die Renditen verschiedener Vermögensklassen von Hochzinsanleihen, also Unternehmensanleihen schwächerer Bonität, über Staatsanleihen oder auch Euro-Unternehmensanleihen und dieser blaue Balken, das waren die Renditen am 01.01. diesen Jahres. Sie sehen, 2,9% gab es dort für Hochzinsanleihen. Wir waren der Meinung, diese Renditen sind viel zu niedrig. Die Prämie für das Risiko, was der Investor trägt, ist nicht angemessen. Deswegen, wir waren vorsichtig, wir haben solche Papiere nicht erworben. Dann kam die Krise, Corona-Schock. Sie sehen hier die Renditen gestiegen, das heißt, die Kurse der Hochzinsanleihen sind gefallen, die Renditen entsprechend nach oben gegangen und dann mit den Schlusskursen vom 23.03. sehen Sie hier die Renditen nochmal gestiegen und das erklärt auch die Kursverluste, die wir gesehen haben. Das Ganze, nicht nur im Segment, was theoretisch klingt, Hochzinsanleihen, sondern wirklich auch bei klassischen Euro-Unternehmensanleihen von 0,7% pro Jahr auf Index-Ebene haben sich die Renditen auf 2,1% verdreifacht. Also wirklich eine sehr starke Bewegung. Und das erklärt auch, warum sie defensive Anlagekonzepte haben, die vielleicht 70% Anleihen zu 30% Aktien haben, weil die Manager und Vermögensverwalter und auch Anleger in vielen Fällen in dieser zinslosen Perspektive, die wir bis Ende Februar hatten, sehr niedrige Renditen akzeptiert haben, haben sich sehr stark in den Anlagenotstand reindrücken lassen und haben jetzt dementsprechend in diesem Kursverfall oder in diesem Kursrückgang, dieser Illiquidität, durch diesen Corona-Schock eben hier entsprechend Verluste dargestellt. Das heißt, Sie sehen durchaus bei defensiven Vermögenskonzepten sehen Sie ja Verluste von bis zu 15%. Im Wesentlichen das natürlich neben den Aktien darauf zurückzuführen, dass hier Illiquiditätsrisiken aus dem Anleihteil schlagend geworden sind. Also selbst kurzfristige Anleihen von KfW und Bund und Ähnliches, die haben ja hier Kursverluste gesehen und dementsprechend auch der Blick hier in die Portfolios immer noch wichtig. Aus unserer Perspektive bieten sich hier momentan bei Anleihen auch, wenn man Einzeltitel auswählt, sehr interessante Chancen, um quasi davon zu profitieren, dass andere Marktteilnehmer sich etwas verschätzt haben und nun unter dem Druck stehenden Positionen abzubauen. Grundsätzlich gilt, behalten Sie die Perspektive in diesem Dauerbeschuss von NTV-Push-Nachrichten, Social Media, Facebook, LinkedIn, YouTube-Videos von 27 verschiedenen Virologen, die 23 Meinungen vertreten. Behalten Sie die Perspektive, was die Kapitalmärkte betrifft. Deswegen hier der blaue Balken, der zeigt Ihnen die Rendite, die man mit globalen Aktien über 10 Jahre erzielen konnte. Das übrigens vor der Marktbewegung, die wir gestern gesehen haben, am US-Aktienmarkt, am Dow Jones, die stärkste Bewegung in 93 Jahren. Aber Sie sehen schon auch hier im Jahr 2020 minus 32 Prozent. Aber wie gesagt, bei Aktien ähnlich, wenn Sie Immobilien haben oder wenn Sie heiraten, erwarten Sie von Ihrer Kapitalanlage nichts, was Sie in anderen Lebenssachzeiten auch nicht haben. Sie werden auch mit Ihrem Partner mal Stress haben, es wird Diskussionen geben. Aber wenn Sie sich jedes Mal scheiden lassen, dann können Sie auch nie goldene Hochzeit feiern. Und ähnlich ist es auch mit der Anlagestrategie. Wenn Sie bei jedem Streit, ich formuliere es mal so, sich scheiden lassen, dann haben Sie eben diese Thematik. Also langfristige Perspektive entscheidend. Wir sind zwar darauf getrimmt, täglich ins Depot zu schauen, bei jeder NTV-Nachricht. Im Börsenticker wird der eigene Online-Broker aufgerufen. Aber das ist natürlich ein sehr schlechtes Thema, weil der Mensch, wir sind immer noch sehr stark geprägt, was unsere Denkprozesse betrifft, auf der Ebene eines, ich sag mal, Neandertaler 2.0. Und der kann eben nur entweder Angriff oder Flucht, wenn der Säbelzahntäger vor ihm steht, weil die, die überlegt haben, was sie tun, die sind gefressen worden. Die wurden also im darwünschten Sinne hier entsprechend aussortiert. Also Perspektive behalten. Und was in der Krise auch nie eine Rolle spielt, ist das Thema, inwieweit eigentlich fallende Kurse zu höheren Ertragserwartungen führen. Das hier mal dargestellt, eine Berechnung von Vanguard. Vanguard, ja nach BlackRock, der weltweit zweitgrößte Vermögensfolter. Sehr stark bekannt über seine passiven Lösungen, aber auch rund 1,3 Billionen Dollar in aktiven Lösungen. Also wirklich einer der Global Player. Und was Sie hier sehen, Ertragsschätzung auf Sicht von 10 Jahren für den US-amerikanischen Aktienmarkt. Da waren wir Ende des Jahres 2019 bei 4,4%. Und da waren wir dann am 12. März nach diesem Rückgang bei 7%. Also ähnlich wie in anderen Sachverhalten gilt auch, Preisrückgänge führen zu einer langfristigen höheren Attraktivität letztendlich. Aber ich glaube, dass, wenn man mal die Panik beiseite lässt, das auch jedem entsprechend hier klar. An der Stelle soll es das auch schon von der Big Picture Einordnung gewesen sein. Das Thema Kapitalmärkte behandeln wir nochmal dezidiert jetzt auf absehbare Zeit jeden Freitag, um Ihnen hier ein detaillierteres Bild der Lage zu geben. Aber ich denke, vom Big Picture jetzt an der Stelle das ausreichen, um dann auch die weiteren Ausführungen von Frau Hassenzahl entsprechend hier einordnen zu können. Ja, vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Von mir vielleicht auch ganz kurz mal die Anmerkung, während ich hier auch noch parallel mit der Technik kämpfe. Wir haben hier jetzt schon ein paar Fragen reinbekommen. Ich würde vorschlagen, dass wir diese tatsächlich ans Ende schieben und dann eben entsprechend die komprimiert am Ende beantworten. So, ich hoffe, dass ich das jetzt hier entsprechend hinbekomme. Ansonsten müsstest du mich sozusagen assistieren. Aber ich glaube, ich habe das Feld gefunden. Ich müsste es nur irgendwie auch aktivieren können. Das ist tatsächlich nicht möglich. Ich schaue auch noch mal. So. So, das sieht gut aus. Ich weiß gerade nicht so genau, wer jetzt die Gewalt über den Bildschirm hat. Aber notfalls müsstest du mir einfach assistieren und das eben mal entsprechend weiterklicken. Also erstmal vielen Dank für diese Zusammenfassung zu den Kapitalmärkten. Ich werde jetzt oder meine Intention ist jetzt, das Ganze mit Ihnen nochmal durchzugehen, anhand der einzelnen Rollenbilder, die ich vorhin schon angesprochen hatte. Das heißt, die Fragen zu beantworten, welche der von Christoph dargestellten Entwicklungen bzw. Perspektiven und Aussichten wirken sich jetzt an welcher Stelle auf mich als Sparer, Versicherter, Anleger usw. aus? Und was genau bedeutet das dann im Grunde genommen auch im Einzelnen für mich und welche Implikationen kann ich daraus ziehen? So. Ah ja, ich merke, ich habe die Gewalt. Das ist schon mal sehr gut. Also, erster wichtiger Zusammenhang, insbesondere für den Sparer, ist ein Zusammenhang, viele von Ihnen kennen den mit Sicherheit auch, weil wir den seit Jahren predigen. Grundsätzlich gilt mal, die Schulden des einen sind das Vermögen des anderen. Und damit gilt natürlich gleich der nächste Zusammenhang. Wer Gläubiger ist, kann auch nur die Zinsen erwarten, die sich der Schuldner langfristig leisten kann. Das ist etwas, was wir seit der Finanzkrise immer wieder darstellen als sehr, sehr wichtigen Zusammenhang. Denn letzten Endes, wenn man sich diesen Zusammenhang klar macht, dann ist relativ schnell deutlich oder dann ist unmittelbar deutlich, dass man natürlich in einem Szenario steigender Staatsverschuldung nicht damit rechnen kann. Und das war ja auch das, was der Christoph schon anhand von Grafiken ausführlich gezeigt hat, dass wir definitiv nicht davon ausgehen, dass der Sparer oder dass ich als Sparer mich mal wieder in einem Umfeld bewege, wie es vielleicht in den 80er Jahren war. Das heißt also auf der Seite Zinsertrag als Sparer definitiv ganz klar der Zusammenhang. Da wird auf absehbare und langfristige Zeit wahrscheinlich nicht so viel zu holen sein. Jetzt noch mal ganz kurz an dieser Stelle. An welchen Stellen trifft mich das eigentlich? Natürlich klar. Erster Punkt. Kontoguthaben bei der Bank. Das ist das typische Sparer-Szenario, das wir mit Sicherheit auch alle im Kopf haben. Aber tatsächlich gibt es durchaus auch noch andere Situationen oder Konstellationen, in denen mich das auch trifft. Ein weiterer Punkt, den werden wir ja dann als nächstes behandeln, ist natürlich das Thema Versicherung. Denn auch da habe ich im Grunde genommen, wenn ich Versicherungsnehmer bin, je nachdem, wie die Versicherung investiert ist, das wie gesagt, schauen wir gleich nochmal an, aber eben auch eine Position als Gläubiger und bin darauf angewiesen, dass mir gewisse Zinsen gezahlt werden und ich darüber eine gewisse Rendite erwirtschaften kann. Und da, wie gesagt, trifft mich natürlich das Thema Zinsen langfristig niedrig auch. Ein weiterer Punkt, auch das habe ich gleich noch mitgebracht, weil das ein Thema ist, was gerne hinten runterfällt, ist ganz klar Versorgungswerke. Auch die sind tendenziell eher investiert wie Versicherungen, weil die ja einen Kapitalstock für ihre Mitglieder bilden. Und auch da ganz klar der Punkt hat man in den letzten Monaten, im letzten Jahr auch schon gesehen. Viele Versorgungswerke, die da schon die Rechnungszinsen entsprechend kürzen mussten und reduzieren mussten, weil sie eben einfach die Anwartschaften ihrer Mitglieder so aufgrund des Niedrigzinsumfelds, das wir in der Vergangenheit schon gesehen haben, nicht mehr bedienen konnten. Und nicht zu vergessen, in gewisser Weise natürlich auch die Anwartschaften an die gesetzliche Rente der Bundesrepublik Deutschland. Hier ein kleines bisschen ein anderer Zusammenhang. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit werde ich hier jetzt auch nicht näher drauf eingehen, aber nur mal für Sie zur Sensibilisierung, die das vielleicht noch nicht gesehen haben. Nur weil ich vielleicht meine Konten schon bis auf meine Rücklage leergeräumt habe, was auch einige von Ihnen mit Sicherheit zutrifft, denn ich weiß, es sind ja auch viele sehr, sehr aktive und informierte Anleger und Sparer und Versicherte heute hier dabei, bedeutet das nicht, dass Sie das nicht an anderer Seite immer auch noch treffen kann. Also wir kommen hier, das werden Sie jetzt auch gleich merken, immer wieder auf einen Punkt. Seien Sie sich bewusst, wie Ihr Vermögen tatsächlich aussieht und nicht nur auf der Oberfläche, sondern tatsächlich in der Tiefe und werden Sie sich bewusst, an welchen Stellen können mich gewisse Szenarien treffen. Für Sparer aus unserer Sicht grundsätzlich erst mal zwei Problemfelder. Ein Problemfeld, das hat Herr Christoph schon angesprochen, ist die Bankenstabilität. War natürlich in der Vergangenheit, gerade im Zuge der Finanzkrise, ein Riesenthema, ist es auch noch. Wie gesagt, eingangs diese Online-Konferenz ist ja schwerpunktmäßig auch dadurch entstanden, dass wir gesagt haben, wir machen eine Online-Konferenz zu den Top 3 Themen sozusagen, die wir mit unseren Kunden besprechen. Und da ist die Frage, wie stabil sind die Banken? Soll ich mein Geld eben noch bei meiner Hausbank auf dem Konto lassen? Das ist immer wieder ein Thema. Grundsätzlich ist es auf jeden Fall auch ein sinnvoller Faktor, den es zu berücksichtigen gilt, der auch definitiv zu bedenken ist. Und da gibt es durchaus Mittel und Wege, sich da auch entsprechend streuend aufzustellen und zu positionieren, um da eben entsprechend Klumpenrisiken zu vermeiden. Aber aus unserer Sicht tatsächlich aktuell vielleicht eher das akutere Thema beziehungsweise das wahrscheinlichere Thema, doch durchaus das Thema Inflation respektive Teuerung, also reale Geldentwertung. Das sind grundsätzlich mal die beiden großen Themen, die für Sparer relevant sind. Ja, jeder, also natürlich gibt es da unterschiedliche Meinungen, auch unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten, die diesen beiden Problembereichen zuzuordnen sind. Aus unserer Sicht, wie gesagt, aktuell mit einer gewissen Perspektive tatsächlich eher das Thema reale Geldentwertung durch Inflation, aber natürlich nichtsdestotrotz auch immer wieder auf dem Zettel zu halten. Wie kann ich das Risiko über Banken streuen? Was kann ich da tun? Etc. Das also aus unserer Sicht mal die beiden Szenarien beziehungsweise Problemfelder. Herr Christoph hat das ja auch schon gesagt, wenn man sich aktuell allerdings die Inflationserwartungen anschaut, hier mal die doch fachliche Einschätzung für die Inflation in fünf Jahren für die nächsten fünf Jahre. Da sieht man ganz deutlich, aktuell ist da Inflation jetzt eher nicht so richtig in Sicht. Mit Sicherheit tatsächlich auch der aktuellen Situation geschuldet und der Unsicherheit am Markt. Christoph, falls du dazu noch was einwerfen möchtest, sehr gerne. Aber ich denke, du hast da schon relativ viel zu gesagt. Nichtsdestotrotz ist natürlich, das hat Herr Christoph ja auch schon gesagt, dieses Thema eine hohe Nachfrage trifft eventuell auf ein zu geringes Angebot. Im Zuge der Erholung dieser ganzen Geschichte das Thema Inflation definitiv im Hinterkopf zu halten und für Sparer eben einfach ein Thema. Was heißt das jetzt konkret, wenn ich Sparer bin, wenn ich Kontoguthaben habe, was ist das, was hat das jetzt für mich erstmal für Konsequenzen? Nun grundsätzlich, das gilt sowieso immer, wir beleuchten hier Problemfelder und Ansatzpunkte für möglicherweise Risikostreuung bzw. entsprechende Verbesserung der Strategie. Das bedeutet nicht, dass das Thema Kontoguthaben vollständig aufzulösen ist. Denn grundsätzlich muss man natürlich sagen, eine Abkehr von Kontoguthaben ist selbstverständlich nicht möglich, da diese einfach die Funktion der Rücklage erfüllen. Und da denke ich, ist das auch absolut unbestritten. Es gibt für eine kurzfristige Rücklage auch keine Alternative zu Kontoguthaben. Zum Thema Zinsen werden langfristig niedrig bleiben, brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Und das Thema Inflation könnte verstärkt ein Thema werden und trifft Spareinlagen eben einfach unmittelbar, weil es ist eine unmittelbare Entwertung der Kaufkraft. Das hatte ich bereits gesagt. Das heißt, das bis zu diesem Punkt mal von der Seite und dann natürlich auch, das hatte ich eben schon mal angesprochen, das ganze Thema Bankenstabilität, Einlagensicherung und so weiter, sozusagen die zweite Flanke für Sparer, der man sich bewusst sein sollte und an der man durchaus arbeiten kann. Ich habe hier mal die häufigsten Gedanken bzw. die aus meiner Sicht wichtigsten Themen dazu aufgeschrieben. Eben dieses Thema, ich streue einfach mal ganz einfach gesagt über mehrere Banken. Vielleicht schaue ich mir auch an, gibt es verschiedene Einlagensicherungssysteme. Damit meine ich jetzt auch nicht Banken im Ausland, sondern damit meine ich eben einfach den Unterschied zwischen privaten Geschäftsbanken, Volksbanken, Sparkassen und so weiter. Wobei auch da natürlich muss man sich am Ende im Klaren sein. Alle haben im Grunde genommen den gleichen Basismarkt. Das ist der Euro Anleihemarkt. Das heißt, da ist auch die Frage, inwieweit kann da eine Streuung wirklich stattfinden und so weiter und so weiter. Hier ganz klar der Verweis, diejenigen unter Ihnen, die jetzt sagen, okay, also das ist für mich wirklich ein hochgradig relevantes Thema. Diese beiden Problemfelder würde ich gerne noch mal näher beleuchten. Da ganz klar der Hinweis, da das aktuell ein unglaublich viel gefragtes Thema ist, gibt es hierzu analog dieser Konferenz eine eigene Themenkonferenz am kommenden Montag, wo wir nur auf dieses Thema eingehen werden. Deswegen springen wir jetzt weiter zum Thema Versicherte. Was gibt es da zu sagen? Grundsätzlich erstmal ganz wichtig, auch das ist vielen von Ihnen mit Sicherheit schon klar. Eine Versicherung ist erstmal ausschließlich eine Verpackung. Das heißt also, wir haben, wenn jemand sagt, ich habe Versicherung erstmal keinerlei Informationen darüber, inwiefern das aktuelle Umfeld einen da jetzt getroffen hat. Daher ist es absolut notwendig, um da Aussagen machen zu können. Erstmal in die Verpackung zu schauen und sich anzuschauen, was genau ist eigentlich in der Versicherung drin. Grob zu unterscheiden, ich habe es mal ganz einfach gemacht. Die klassische Versicherung mit einem Garantiezins, bei der der Versicherer das Geld im Deckungsstock der Versicherung anlegt, sehr, sehr stark auf der Anleiheseite positioniert. Sehr, sehr defensiv. Deswegen ja auch, das ist genau der Zusammenhang seit der Finanzkrise, Garantiezinsen sehr, sehr stark gesunken. Und da eben ganz klar das Thema, die aktuelle Situation macht das jetzt nicht besser. Die zweite Variante, Fondsgebundene Versicherung, das kann ja auch alles sein. Da können von Aktienfonds bis Geldmarktfonds alles drin sein. Das heißt hier ganz klar erstmal die Notwendigkeit zu sagen, okay, was ist überhaupt in meiner Versicherung drin und wie ist die am Ende des Tages investiert, um überhaupt sagen zu können, wo hat es mich getroffen. Ja, perspektivisch bei klassischen Versicherungen, Deckungsstock, Anleihe, Fokus, eben wieder das Thema, möglicherweise steigende Inflation, eventuell auch entsprechende Verwerfungen an den Anleihemärkten. Während natürlich klar, wenn ich eine Fondsgebundene Versicherung habe, die jetzt sehr, sehr stark Aktien investiert war, ja, dann ist der Impact, den die aktuellen Entwicklungen gerade am Aktienmarkt eben gemacht haben, relativ offensichtlich. Da muss man sich dann eben einfach die Frage stellen, sind das selbst ausgewählte Fonds, gibt es da eventuell die Notwendigkeit, mal ein Rebalancing vorzunehmen, das heißt die ursprüngliche Struktur wiederherzustellen oder sind es aktiv gesteuerte Portfolio-Lösungen, was ja auch ganz häufig bei vorgebundenen Policen vorkommt, dass man eben ein aktives Management ausgewählt hat. Da ist es dann eben auch fraglich, machen die ein Risikomanagement, haben die vielleicht prozyklisch in die Verluste des Aktienmarkts ihre Aktien auch mitverkauft, weil sie gewisse Risikobudgets zu beachten hatten. Das muss man sich wirklich von Fall zu Fall anschauen. Aber hier gibt es tatsächlich je nach Inhalt der Versicherung zahlreiche Angriffspunkte, an denen einen das getroffen haben kann, respektive an die es zu berücksichtigen gibt, um eben bezogen auf die Zukunft und die Aussichten, die wir gehört haben, sich so aufzustellen, dass man eben möglichst viele Risikoszenarien abbildet und für sich entsprechend breit diversifiziert aufstellt. Denn so viel ist auch klar, man wird nie alle Risiken vermeiden können, sondern um was es geht, ist letzten Endes Risikostreuung und das richtige Erwartungsmanagement. Also sich vorher klar zu werden, an welchen Stellen kann mich welches Szenario treffen. Zuletzt das Thema Garantie und Wertsicherungslösungen. Das geht tatsächlich so ein bisschen in die Richtung, was ich eben schon gesagt hatte mit den gesteuerten Systemen. Da ist einfach der Punkt, gerade die Versicherungskonstrukte, die sei aus gesetzlicher Notwendigkeit oder weil ich das als Versicherer aktiv so ausgewählt habe, mir eine gewisse Beitragsgarantie stellen müssen, haben natürlich die Herausforderungen in einem solchen Szenario aus den sehr, sehr schwankungsreichen Aktien mit hohen Verlusten herauszugehen, in die schwankungsarmen Anleihen da prozyklisch zu verkaufen, um einfach sicherzugehen, dass diese Beitragsgarantie gestellt werden kann. Das ist einfach ein Fakt. Ich erspare Ihnen an dieser Stelle noch auch die Erklärung eben in Anbetracht der Zeit, wie genau Garantiekonzepte funktionieren. Aber grundsätzlich immer der Punkt, ich habe natürlich hier die Notwendigkeit als Versicherer, wenn ich auf der Anleiheseite keine Renditen mehr verdiene und ich zusätzlich die Thematik habe, dass am Anleihemarkt hohe Verwerfungen stattgefunden haben, dann sinkt natürlich prozyklisch extrem der Aktienanteil und ich hänge da in Anleihen ganz extrem fest. Deswegen nochmal an dieser Stelle einfach als kleine Erinnerung oder als kleines Takeaway, um überhaupt erstmal entscheiden zu können, wo mich das getroffen hat. Ganz wichtig, Unterscheidung zwischen Inhalt und Verpackung. Das gilt nicht nur für Versicherungen, das gilt auch noch für andere Instrumente der Finanzindustrie. Dazu wird es nochmal ein kleines Video geben zum Thema, wie kann ich mich da genauer mit den Details meiner Vermögensstruktur beschäftigen. Nochmal ein ganz kleiner Hinweis zum Thema Garantiekonzepte, aber das wirklich nur ganz kurz. Vielleicht haben Sie es an der einen oder anderen Stelle auch schon mal gelesen, war in der Finanzkrise ähnlich. Das Thema Riester-Rente hat es natürlich ganz stark erwischt. Warum? Weil es einfach aufgrund der gesetzlichen Vorgaben eine Beitragsgarantie geben muss in der Riester-Rente. Und da ist jetzt im großen Stil genau das passiert, was ich eben angesprochen hatte, nämlich Aktienanteile wurden prozyklisch mit Verlusten verkauft und umgeschichtet in Anleihen. Da also im Grunde genommen muss man sagen, das soll überhaupt keine Kritik an den Versicherern sein. Im Gegenteil, denn die haben gar keine andere Wahl. Da muss man ganz klar sagen, da liegt der Fehler oder die Handlungsmacht und der Handlungszugzwang ganz klar bei der Politik, hier endlich mal eine Gesetzesänderung herbeizuführen und die Beitragsgarantie zumindest mal von 100 Prozent zu reduzieren, sodass hier eben einfach auch mal eine realistische Möglichkeit besteht, in solchen Krisensituationen nicht alles prozyklisch verkaufen zu müssen. Was bedeutet es jetzt für Sie? Ein gutes Beispiel als Versicherter. Wenn ich eine Riester-Rente habe, bedeutet das dann, dass ich die jetzt verkaufe oder auflöse und sage, das ist ein schlechtes Produkt, ich will die nicht mehr haben. Nein, sondern in der Konsequenz bedeutet es einfach, ich muss mir darüber klar werden, dass die aktuelle Situation dieses Problem herbeigeführt hat, in meiner Vermögensstruktur eine Verschiebung stattgefunden hat, ganz stark auf die Anleihe-Seite und muss mir deswegen einfach überlegen, wenn ich mir Inflationsrisiken und so weiter auf dieser Seite etwas ausgleichen will, dann mache ich das doch am besten mit meinen Kapitalanlagen. Das heißt also, ich nutze flexibel verfügbares Vermögen, um hier einen Ausgleich zu schaffen. Dazu kommen wir ja gleich. Jetzt noch mal ganz kurz der Einwurf zum Thema Versorgungswerke für diejenigen unter Ihnen, die das betrifft, also alle Freiberufler. Da eben ganz klar das Thema, das ist eine relativ alte Aufteilung. Warum? Weil die Versorgungswerke seit Jahren keine aktuelleren Aufteilungen veröffentlichen, wie Versorgungswerke in etwa positioniert sind. Und da sieht man eben einen Großteil der Anlagen nach wie vor in zinsbasierten Anlagen. Das heißt auch hier das Thema Inflation, niedrige Zinsen und so weiter bleibt hier auch ein Thema und wird auf absehbare Zeit nicht besser. Auch hier wieder, Sie können nicht aus dem Versorgungswerk raus, beziehungsweise es heißt nicht, dass es primär schlecht ist. Es bedeutet einfach nur, werden Sie sich klar, dass Sie das Thema Inflation etc. Sie an dieser Stelle treffen kann. Deswegen hier auch wieder die Handlungsalternative zu sagen, wie kann ich mich mit meinem restlichen verfügbaren Vermögen vielleicht so aufstellen, dass es in der Gesamtstruktur wieder passt. So, das habe ich alles gesagt, deswegen überspringe ich das und damit sind wir eben beim restlichen verfügbaren Vermögen. Aber auch hier muss man sagen, wenn man sich die Portfolien anguckt, auch die großen Robo-Advisor-Portfolien mal anschaut in den Veröffentlichungen dieser Tage, dann stellt man fest, da hat es, also bei den Anlegern und damit meine ich jetzt einfach mal die, die schwerpunktmäßig in Aktien investiert haben, das war nicht die Insel der Glückseligen. Das, so viel steht fest und das wissen Sie auch alle. Nur weil das jetzt vielleicht eben sich so angehört hat, ja, die Versicherer und die Sparer sind die Gekniffenen und bei den Anlegern ist alles super. Aber die haben vielleicht andere Learnings aus dieser Situation. Ganz wichtiges Learning aus meiner Sicht, auch aus den Gesprächen derer Kunden, mit denen ich so spreche, die auch noch eigene Portfolien haben. Ganz, ganz großes Thema Home-Bias. Und da hoffe ich wirklich, dass die aktuelle Situation auch nochmal ein bisschen mehr dazu beigetragen hat, dieses Thema mal wieder in den Gesprächsmittelpunkt zu bringen. Dieses Thema, ich kaufe, was ich kenne. Und das ist aus Sicht des deutschen Anlegers nun mal leider der DAX 30. Also aus meiner Sicht wirklich einer der schlimmsten Indizes, die es auf der ganzen Welt gibt, in Bezug auf Risiko. Es ist ein unglaublich breiter, schmaler Index mit nur 30 Werten, die obendrein noch extrem konjunktursensibel sind. Also wirklich eigentlich nichts für Anfänger oder auch für Investoren, die sagen, naja, also ich fange jetzt halt mal an und dann kaufe ich am besten mal den DAX, weil den kenne ich. Noch schlimmer ist natürlich da noch die selektive Auswahl einzelner Aktien aus diesem ohnehin schon sehr beschränkten 30 Wertespektrum. Da ist wirklich eine Aggregation von Risiken vorhanden, die ist eigentlich nichts für Einsteiger oder diejenigen, die sagen, naja, ich lege halt mal an und lasse es liegen, weil da muss man wirklich sich mal im Klaren werden, was man da eigentlich im Portfolio hat. Und natürlich ganz klar, es gibt kein Einzelwertportfolio, in dem der Apfel nicht vorkommt. Deswegen das ganz klar das Thema. Einzelaktien sind durchaus interessant, aber aggregieren natürlich sämtliche Risiken in einer Position. Also sowohl das Aktienmarktrisiko an sich als auch noch das Unternehmensrisiko als weiteres Risiko. Und da nochmal, wie gesagt, ganz klar, ich hoffe, dass der eine oder andere Anleger registriert hat, dass der DAX gerade in solchen Umfelden, dass es auch eben zu Konjunkturabkühlungen kommen kann, nicht unbedingt das Mittel der Wahl ist. Ich habe es hier auch nochmal mitgebracht. Einfach mal so eine kleine Auswertung. Das ist einfach ein DAX 30 Index, also ein ETF. Und da sieht man ganz klar, wie hochgradig, zyklisch dieser Index ist. So, das heißt also, ich habe es gesagt, Einzelaktien, schwieriges Thema, dann auch noch aus dem DAX selektiert, sehr, sehr eng, keine breite Streuung, hohe Konjunkturabhängigkeit. Also das ist tatsächlich das Thema, auch hier nochmal grafisch dargestellt, wenn der deutsche Anleger immer über seinen geliebten DAX spricht. Das sind drei Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung, der gesamte deutsche Aktienmarkt. Und dann haben wir daraus nochmal die 30 größten Unternehmen. Also mein Verständnis von Diversifikation sieht anders aus. Was ist aus meiner Sicht ein hoffentlich zweites großes Learning und auch ein Thema, womit man sich jetzt auf jeden Fall mal beschäftigen sollte und sich fragen sollte, okay, was mache ich denn jetzt mit dieser Erkenntnis? Ist das Thema Risikobereitschaft. Das war und ist ein Thema. Das Problem war aber einfach, ich habe es hier mal anhand einer Focus Money Schlagzeile aus dem März 2018 mitgebracht. Diese Wahrnehmung ETFs und damit meine ich Aktienmarkt ETFs, weil ich sage mal, wenn man sich die Talkshows anschaut oder auch die einschlägigen Experten, die sich ja immer sehr wohlwollend den ETFs gegenüber geäußert haben, dann war da ja immer nur die Rede von Aktien ETFs. Also ich habe jedenfalls nicht einmal gehört, dass da auch über Anleihe ETFs gesprochen wurde, weil klar, der Aktienmarkt ist super gut gelaufen, also wahrgenommenes Risiko sehr gering. Da muss man sagen, die aktuelle Situation hat offensichtlich gezeigt, dass sicher anlegen, jetzt ist einfach die Frage, wie man sicher definiert, aber sicher anlegen im Sinne von 100%igem Werterhalt dann mit ETFs auf 100% Aktienmarkt doch eher schwierig ist. Das heißt hier aus meiner Sicht ganz klar das Learning, das Thema Risikobereitschaft, sich darüber klar werden, wie risikobereit bin ich eigentlich, brauche ich überhaupt 100% Aktienmarkt? Und wenn ja, mit welchem Teil meines Vermögens brauche ich 100% Aktienmarkt? Und kann ich das auch wirklich langfristig durchhalten? Das ist aus meiner Sicht ein weiteres wichtiges Thema. Und ja, also aus den Gesprächen mit vielen Neukunden auch, die eben einfach sagen, okay, ja, mir ist jetzt klar geworden, nur MSCI World ETF oder DAX ETF noch schlimmer, ist dann vielleicht auch nicht das Beste. So, das heißt ganz klar, ich habe jetzt viel gesagt zum Thema, was sind Problemfelder oder was sind Punkte, an denen es einen trifft. Vielleicht mal das Fazit. Und was bedeutet das jetzt? Das bedeutet jetzt nicht, das habe ich ja auch schon gesagt, dass Kontoguthaben vollständig aufzulösen sind, dass Versicherungen vollständig beitragsfrei zu stellen sind oder zu kündigen sind oder dass ich sage, ich löse mein komplettes Aktienportfolio auf. Sondern worum es letzten Endes geht, ist die Herleitung einer Strategie oder die Darstellung einer Strategie, die ich nachvollziehen kann und die in irgendeiner Weise so strukturiert ist, dass auch, denn das haben wir auch gelernt, Anlegerpsyche ist tatsächlich ein wahnsinniges Thema in diesen Tagen, hatten wir lange nicht in diesem Maße, ist aber einfach unfassbar wichtig, dass ich eben einfach auch von der psychologischen Seite her in der Lage bin, diszipliniert durch diese Zeit hindurch zu gehen und zu sagen, ich behalte das bei. Und da muss man ganz klar sagen, wenn ich nicht weiß, wie es kommt, ob Inflation kommt, ob die Bankenstabilität 100 Prozent gewährleistet ist, ob der Aktienmarkt vielleicht noch weiter runter geht oder steigt oder wie auch immer. Ich weiß es nicht, aber was ich tun kann, ich kann mir meine aktuelle Vermögenstruktur ganz genau anschauen und kann mir anschauen, wie ist die verteilt. Und wenn ich eben feststelle, ich habe extrem viel Risiken auf der Zinsseite, die von Inflation betroffen wäre, die eventuell von der Bankeninstabilität, von der Euroinstabilität oder wie auch immer betroffen ist, dann könnte ich möglicherweise auf die Idee kommen, mal einen gewissen Teil des Vermögens zu nutzen, um da ein Gegengewicht aufzustellen. Und umgekehrt im Übrigen genauso. Auch diejenigen, die wirklich 100 Prozent im Aktienmarkt unterwegs waren und die in den letzten Jahren wirklich ja von einem hoch zum anderen gelaufen sind. Die haben jetzt Verluste oder Verluste erlitten. Da muss man erstmal, die muss man erstmal wieder aufholen. Und da wäre vielleicht auch der Ratschlag zu sagen, naja, man muss nicht nach oben das letzte Prozent ausquetschen, wenn man nach unten die Verluste mal minimiert, indem man auch hier vielleicht mal ein bisschen streut, dann doch ein ganz guter Ratschlag. Das heißt zusammengefasst, wenn ich nicht weiß, wie es kommt, dann stelle ich mich doch einfach neutral auf und im Optimalfall in so vielen Szenarien wie möglich. So, jetzt habe ich unglaublich lange geredet, aber ich habe wirklich versucht, mich kurz zu fassen. Ein wichtiger Punkt, den wir noch mit reingenommen haben, aber gar nicht großartig Inhalt, ist das Thema Gold. Warum? Weil das auch aktuell wahnsinnig oft in Gesprächen vorkommt. Ich habe mal so ein gekürztes Zitat hier aufgeführt. Ich kaufe Gold, das hilft gegen systemische Risiken und schützt vor Inflation. Grundsätzlich ein ganz guter Gedanke. Ich würde mal Christoph dazu befragen wollen, was du dazu sagst, während ich hier parallel mal nach den Fragen schaue. Weil Gold natürlich immer wieder ein Thema, ein abendfüllendes Thema im Übrigen. Also sofern von Ihrer Seite da Interesse besteht, sicherlich von unserer Seite auch die Möglichkeit, da nochmal eine extra Online-Konferenz zu machen. Aber vielleicht mal ganz kurz an dieser Stelle. Also in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, aber es ist ja auch viel passiert, vielleicht das Wesentliche. Also aus unserer Perspektive ist physisches Gold ein elementarer Teil der Vermögensstruktur. Dementsprechend eine strategische Position wird auch nicht besonders hinterfragt. Im aktuellen Umfeld kann man natürlich überlegen, das taktisch noch etwas nach oben zu ziehen. Aber auch hier gilt natürlich, das haben wir jetzt auch dementsprechend gesehen, wenn wir ein Umfeld haben, wo Liquidität knapp ist, wo aus Bundesanleihen, aus US-Staatsanleihen, aus Pfandbriefen Liquidität hinausgeht, dann ist Gold von so einer Situation auch betroffen. Von daher, Gold ist mit Sicherheit ein Teil der Anlagestrategie. Der Investment Case, die Begründung für Gold, sind natürlich aufgrund der massiven Interventionen der Notenbanken und der Staaten natürlich relativ plausibel. Problem ist immer, wenn etwas zu plausibel ist, stellt sich die Frage, ob es nicht schon im Preis bereits enthalten ist. Also von daher, Gold elementarer Teil der Vermögensstruktur, aber auch hier gilt, die Dosis macht das Gift. Goldquoten, die teilweise dann auf 25, 30 Prozent gehoben werden aus Angst vor Bankenpleiten, das sehen wir nicht, weil auch hier gilt, Gold hat ungefähr die Schwankungsbreite wie der Aktienmarkt. Das heißt, Gold zu vergleichen mit einer Kasse, mit einem Bankguthaben, ist nicht zielführend, weil beides erzielt zwar keine laufenden Zinsen, aber die Schwankung eines Kontos ist bei Null. Die Schwankung von Gold liegt auf Höhe vom Aktienmarkt. Das heißt, eigentlich muss man die Rendite-Risiko-Relation von Gold mit einem global gestreuten Portfolio vergleichen. Und dann stellt man eben in vielen Fällen fest, dass das global gestreute Portfolio beispielsweise auf den Denküberlegungen, die Frau Hassenzahl hier skizziert hat, sich eben neutral zu positionieren und dann innerhalb der beiden übergeordneten Vermögensklassen Geld und Sachwerte sehr breit diversifiziert anzulegen. Aus unserer Sicht die cleverere Alternative, als jetzt hier Extremübergewichte in Gold entsprechend aufzubauen. Zumal an dieser Stelle ja auch noch anzumerken ist, die Frage ist, du hast es jetzt gesagt, physische Goldquote, das ist dann tatsächlich das systemische Risiko und die Absicherung gegen Extremrisiken. Hier ja ganz klar auch der Punkt, die Frage, die sich stellt, zu welchem Zweck kaufe ich Gold, weil danach richtet sich dann auch das Instrument und das jeweilige Vehikel, das dann einzusetzen ist. Aber natürlich ganz klar, wie du es gesagt hast, physische Goldquote auf jeden Fall als strategische Absicherung in der Vermögensstruktur relevant.